Im letzten Video hatten wir uns die Abweichungen zwischen Simulationen in Multisim und idealem Rechner in Excel einmal angeguckt. Ich habe auch im letzten Video gesagt, ich würde den Ursachen dieser Abweichungen ein bisschen auf den Grund gehen wollen. Das habe ich genau genommen im letzten Video gar nicht getan. Ich habe mir eigentlich nur angeguckt, wo die Abweichungen am größten sind. Und wir haben festgestellt, die größten Abweichungen gibt es bei höheren Temperaturen. Ich habe mich aber nicht mehr mit der Frage befasst, woher diese Abweichungen denn nun kommen. Das möchte ich in dem Video nachholen. Und jetzt kommt etwas, das ist sicherlich vom Level her sehr weit oben. Also das ist wirklich nicht einfach zu verstehen. Und muss auch wirklich nicht von jedem im Detail verstanden werden. Das Video richtet sich damit eher an Interessierte. Nochmal zur Ausgangslage. Wir hatten im letzten Video festgestellt, dass die Brückenspannung, also die Spannungsdifferenz zwischen diesen beiden Knoten, umso deutlicher abweicht zu der idealen Rechnung, je größer die Temperatur wird. Ein wesentliches Manko unserer Berechnung in Excel ist die Tatsache, dass wir davon ausgehen, dass der Differenzverstärker den Spannungsteiler oder die Spannungsteiler an dieser Stelle hier nicht belastet. Das haben wir in Excel tatsächlich, oder ich zumindest, habe das in Excel kein bisschen berücksichtigt. Ich habe also in Excel direkt gesagt, Ströme, die hier reinfließen, sind gleich Null. Und das ist natürlich ein Fehler, den wir machen. Diesen Fehler hatten wir dadurch ein bisschen versucht einzudämmen, indem wir hier diese Widerstände möglichst groß wählen, sodass tatsächlich ein möglichst geringer Strom abfließt. Allerdings ist dieser Strom eben nicht Null, sondern nur eben in Näherung Null. Und es scheint vielleicht so zu sein, oder zumindest könnte man das an der Stelle vermuten, dass die Abweichungen zu Null mit zunehmender Temperatur größer werden. Also kurzum, dass dieser Strom, der hier hineinfließt und dieser Strom, der hier fließt, umso größer sind, je größer die Temperatur ist. Und das Ganze kann man sich jetzt wiederum per Simulation mal anschauen. Und wenn man das tut, dann kriegt man hier eine solche Kurve. Das ist jetzt der Strom durch diesen Tastkopf. Das heißt, der Strom, der vom NTT-Spannungsteiler hier durch den Widerstand R1 fließt. Und jetzt muss man sich überlegen, wo er hinfließt. In den OP fließt er tatsächlich kaum rein. Also hier fließen auch in der Simulation in Multisim nur ein paar Nano Ampere. Der Großteil dieses Stroms fließt hier über R2 ab nach Masse. Und wenn man sich jetzt die Simulation anguckt, stellt man fest, dieser Strom hier liegt nun im Bereich von ungefähr, das kann man sich mit Cursor angucken, ja, 3 bis 4 Mikro Ampere hier bei geringen Temperaturen und bei hohen Temperaturen liegt er eher so im Bereich von, ja, 11 Mikro Ampere. Das heißt, wir sehen, tatsächlich wird dieser Strom hier immer größer. Dadurch, dass der Strom immer größer wird, wird natürlich auch die Abweichung zur idealen Rechnung immer größer. Das könnte auf jeden Fall schon ein Grund sein. So, jetzt haben wir uns schon den einen hier angeguckt. Und das ist, glaube ich, vielleicht sogar relativ intuitiv verständlich, warum dieser Strom hier größer wird. Denn nehmen wir mal an, der NTC wird kleiner. Dann erhöht sich die Spannung hier über den Widerstand Rv. Das heißt, dieser Punkt hier, gemessen gegen Masse, hat eine höhere Spannung. Da nun aber auch die Reihenschaltung von R1 und R2 in Richtung Masse gehen, wird auch der Strom durch R1 plus R2 größer. Denn der liegt ja gewissermaßen parallel zu Rv. Das kann man hier erkennen. Dieser Punkt hier, von daraus geht es über R1 und R2 nach Masse. Und es geht über Rv nach Masse. Das heißt, genau genommen liegen R1 und R2 parallel zu Rv. Und wenn dieser Punkt hier in seiner Spannung steigt, dann erhöhen sich natürlich auch die entsprechenden Ströme. Insofern ist das vielleicht sogar noch intuitiv recht nachvollziehbar, dass hier der Strom zunehmend steigt. Jetzt haben wir aber nicht nur diesen Strom, der potenziell fließt, sondern wir haben auch einen, der hier durch diesen Tastkopf UBR2 fließt. Und auch den möchte ich jetzt mal separat simulieren. Und der führt nun zu Ergebnissen, die, glaube ich, eher unintuitiv sind und wo man wirklich viel zu sagen muss. Machen wir das Ganze nochmal. Als Ausgabe nehme ich jetzt nicht den UBR1-Tastkopf, sondern ich nehme den UBR2-Tastkopf. Irritierenderweise zeige ich mir jetzt aber den Strom durch diesen Tastkopf an und nicht die Spannung. Und was man dann sieht, ist folgendes. Ja, das ist, wie ich schon sagte, wahrscheinlich eher unintuitiv. Also man guckt im ersten Moment drauf und denkt, okay, bei tiefen Temperaturen ist der Strom groß und der wird dann immer kleiner. Ja, aber weit gefehlt, denn man muss sich hier durchaus mal die Y-Achse angucken. Was wir hier sehen, ist, dass wir hier eine Zahl haben, die ist jetzt extrem klein, das ist ein bisschen ungünstig skaliert. Man kann sich hier eine Nulllinie vorstellen. Ich lege hier mal sicherheitshalber ein Gitter rein oder einen Raster. Das hier können wir uns als Nulllinie vorstellen. Hier steht 1,7 mal 10 hoch minus 21, also das hier sind wirklich ziemlich genau Null, Mikroampere, Nanoampere, was auch immer auf jeden Fall, ziemlich genau Null. Was wir hier sehen, ist, dass wir einen Strom haben, der abfließt bei Temperaturen, ja, ich sag mal ungefähr bis 13 Grad. Was sagt der Marker dazu? Der Marker sagt, das sind, ja, 13 Grad tatsächlich. Bis hierhin fließt ein Strom ab durch den Tastkopf in Richtung Differenzverstärker. Der wird aber immer kleiner. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, da dreht jetzt der Strom plötzlich sein Vorzeichen. Das heißt, in diesem Bereich hier fließt sogar noch zusätzlicher Strom in den Spannungsteiler rein. Das heißt, die Schaltung belastet den Spannungsteiler am zweiten Brückenzweig, also den hier nicht dahingehend, dass Strom abfließt bei höheren Temperaturen, sondern es fließt Strom zurück. Das lässt sich dadurch erklären, dass wir hier einen Strompfad haben, der an den Ausgang des Verstärkers läuft. Und dieser Punkt hier hat irgendwann eine höhere Spannung als die Spannung über RB2. Dementsprechend hier eine höhere Spannung, hier eine geringere, fängt der Strom an, in diese Richtung zu fließen. Und dies führt eben dazu, dass wir hier quasi noch einen zusätzlichen Strom haben, der in Richtung, ja, eben RB2 fließt und dann hier Richtung Masse ab. Und, ja, das führt dann eben zu diesem Verlauf. Also wir sehen, bei sehr hohen Temperaturen, jetzt so im Bereich 40 Grad, haben wir hier schon minus 7,5 Mikroampere. Das heißt, 7 Mikroampere kommen von der Schaltung und fließen in den Spannungsteiler. Und jetzt gucken wir uns die gleiche Simulation nochmal mit beiden Ausgaben an. Und dann wird vielleicht klar, woher diese unterschiedliche Spannung kommt. Also, beziehungsweise, dass die Brückenspannung bei hohen Temperaturen deutlich mehr abweicht als bei Tiefen. So, das setze ich hier jetzt beides nochmal rein, beide Ströme. Und der grüne ist der vom NTC-Zweig, der Richtung Masse abfließt. Und da sehen wir, wie eben, der wird immer größer, immer größer und es fließt immer mehr Strom ab. Während hier ab eben 13 Grad beim anderen plötzlich Strom dazukommt. Und das Interessante ist jetzt, dass eben diese Differenz der Ströme immer größer wird. Und wenn ich eine größere Differenz in den Strömen habe, die abfließen, dann erhöht sich auch die Differenzspannung im Vergleich zu dem, was ich im Idealfall ausrechnen würde. Und diese große Differenz hier, was heißt große Differenz? Diese Differenz ist immer noch relativ klein, wenn man es bei den absoluten Größen betrachtet. Denn wir reden hier immer noch von ein paar Mikroampere. Aber diese Differenz ist Ursache dafür, dass die Abweichungen bei hohen Temperaturen größer werden. Denn genau diesen Effekt haben wir im Excel-Sheet an keiner Stelle überhaupt berücksichtigt. Und jetzt erklärt sich vielleicht auch, warum es wünschenswert ist, dass wir möglichst kleine Ströme in Richtung des Differenzverstärkers oder wie wir jetzt auch gesehen haben Ausrichtung des Differenzverstärkers erzeugen, indem wir hier diese Widerstände möglichst groß wählen. Das ist eine Sache, die kann man natürlich auch analytisch wieder mit Formeln beschreiben. Die Formeln dafür sind aber derart unhandlich, dass ich an der Stelle jetzt darauf verzichtet habe, die mal explizit darzustellen. Das hat eigentlich wenig Erkenntnisgewinn. Und wenn man eben die Widerstände am Differenzverstärker hingreichend groß macht, kann man das tatsächlich über weite Strecken noch vernachlässigen. Allerdings ist das der Hauptgrund für den Unterschied zwischen Simulationen Multisim und Excel-Sheet. Also würde man das jetzt noch im Excel-Sheet berücksichtigen, wäre das, was Excel rechnet, noch viel genauer als es ohnehin schon ist und liefert damit wirklich sehr gute Ergebnisse.